Hallöchen ihr Lieben zu einem Mini-Let's Play. Wir schauen uns mal das kleine Horror-Game Spookware an. Und der Name ist kein Zufall, denn es ist eine Anspielung auf VarioWare, also auf diese kleine, ja, Kurzspiele-Sammlung, Minigame-Sammlung mit Vario in der Hauptrolle. Nur hier haben wir halt in allen Minispielen das Thema Horror im Zentrum. Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, wir kommen ganz gut durch, aber kann gut sein, dass ich ein paar Anläufe brauche. Komm, wir versuchen es mal. Und genau, entwickelt wurde das Ganze von Paper-Cookies und ihr könnt es auf Ichio runterladen. Ich werde es unten auf jeden Fall verlinken. So, dann machen wir mal ein New Gang. Ah, komm schon, komm schon. Ah. Okay, da war ich zu langsam. Achso, ich soll die... Ne, ne, das war schon richtig. Ah, verflixt. Das ist nicht so einfach. Oh je. Das ist wirklich nicht einfach, das Spiel bisher. Okay, finde drei Seiten. Wow. Knapp, knapp, knapp. Wo ist Nosferatu? Ah, wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich seh ihn nicht. Ach, verlixt. Wo war er denn? Keine Ahnung. Wow, das war es schon. Nochmal. Oh je. Ich muss 20. Spell? Ach, da oben. Wow. Ohohohoho. Hä? Ach, wahrscheinlich hätte ich das, äh, oben ausrichten müssen. Mh, lecker. Oh mein Gott, wie soll man das denn schaffen alles? Hä? Oh, krass. Okay. Oh, okay. Einfach ein bisschen länger, glaube ich, und nicht so kurz und schnell. Ah, okay. Im Kreis, im Kreis, im Kreis, im Kreis, im Kreis, im Kreis. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, wie soll man das denn schaffen? Das ist so schwer. Das ist wirklich sehr schwer. Das hier ist einfach im Vergleich. Ach, verflixt, daneben. Ach, nö. Wo ist er denn? Ach, da. Okay. Drei haben wir immerhin schon geschafft. Wow, von 20. Spooky, okay. Oh, Mann, oh Mann. Yay, lecker. Dinner wurde serviert. Okay. Oh Mann, das ist ja... Das ist ja fast unmöglich. Also... Also das ist wirklich sehr schwer. Das mit den Kühen. Okay, das ist in Ordnung. Das kann man schaffen. Aha, verstehe. Okay, es bewegt sich und man muss dann im richtigen Moment schießen. Ah, okay. Da muss ich dann aufhören, wenn das Licht an ist. Das ist gut. Puh. Ich bin hier voll konzentriert, sorry. Geschafft. Äh, Murder. Oh nein. Oh, das war mega knapp. Ach, nö. Ich hasse das. Ist das... Ne, er ist scheinbar immer woanders. Okay. Bitte nicht die Kühe. Ah. Das geht hier ja noch. Aber das mit dem, wo man dann drehen muss... Da kann ich halt nicht beide Finger benutzen. Wisst ihr, was ich meine? Oh, okay. Okay, easy. Oh, das war knapp. Ich habe nämlich erst die falsche Tasse gedrückt. Oh nein, jetzt ist es schneller. Oh, verdammt. Das ist einfach voll schwer. Puh. Ah. Nein. Oh, Hilfe ist das schnell. Äh. Ah. Ach, Mann. Oh. Boah, ich weiß nicht, ob ich das schaffen kann, ne? Also, ich mache mal noch eine Runde, würde ich sagen. Ähm. Ansonsten kann ich euch echt nur empfehlen, das auch mal selber zu spielen. Es ist nicht einfach, aber... Oh, nee. Okay, wenn ich einfach wie wild auf alle Tasten drücke, geht das auch. Boah, das war knapp. Ja, hier verstehe ich halt nicht so ganz, wann das wirklich funktioniert dann. Also, wann das Auto fährt und wann nicht. Ah, super. Glück gehabt. Also, aber in der schnellen Version ist das absolut unmöglich. Ach, Mann. Oh. Oh. Hier darf man, bei den ersten 10 darf man keinen Fehler machen, weil sonst fehlt einem das... Nein, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ah. Hui. Äh, sonst fehlt einem das später. Äh, Scream. Okay. Ja, komm schon. Och, Mann. Oh. Wie gemein. Alles einfach gleichzeitig drücken. Easy. Ah. Cool. Das ist nicht so schwer. Aber das mit den Kühen ist heftig. Das geht auch. Der Axtmann ist geil. Oder das Axtskelett eher. Oh nein. Wo ist denn das so... 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 Da. Das ging nicht. Puh. Puh. Oh, verflixt. Einmal muss ich es noch versuchen. Okay. Hier muss ich einfach die Ruhe bewahren, weil ich drücke da manchmal zu schnell. Äh, Haunt. Okay. Hey. Uh. Müssen wir aber auch ein bisschen Glück haben bei dem Wort, das erscheint. Puh. Das ist auch echt creepy mit diesem Viech, was da kommt. Und das hier in der schnellen Version weiß ich auch nicht. Weil eigentlich muss man dann viel schneller. Au. Oh. Ich bin abgerutscht von der Taste. Gefährliches Spiel hier. Gut. Okay. Wo ist er? Wo ist er? Ah. Moment. Ja. Das habe ich doch schon gesehen, dass sich da was bewegt. Okay. Wo ist er? Puh. Hauptsache, das kriegt man nicht in der schnellen Version. Dann ist man echt. Nein. Komm schon, komm schon. Puh. Äh, okay. Puh. Oh, ich bin immer froh, wenn wir eins geschafft haben. Echt. Oh, ist schon Speed Up. Puh. Das war aber knapp. Aber ich hätte nicht länger warten können. Oh, yeah. Yay. Yay. Okay, wo ist er? Ja. Glück gehabt. Puh. 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 Komm schon, komm schon, komm schon. Nein. Verdammt. Äh. Äh. Haben wir es jetzt geschafft? Was heißt das? Warte, warte, warte doch. Warte auf mich. Bloopy. 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 Wo bist du hin? Hey ihr Lieben, das ist leider ganz blöd. Man wird am Ende vom Spiel nämlich aus dem Programm geschmissen und damit ist mein Videoaufnahmeprogramm nicht so gut klar gekommen. Äh, ja, da fehlt das Ende. Man wird noch einmal so gejumpscared und wird dann halt aus dem Spiel geschmissen. Ja, leider kann ich euch das nicht zeigen. Ich setze euch unten einen Link zu einem anderen Let's Play, wo das mit der Aufnahmesoftware vielleicht besser geklappt hat, von irgendeinem Kollegen. Äh, ja. Ansonsten hat mir das Spiel aber sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Äh, ja, es war einfach eine coole Idee und eigentlich war das Ende auch ganz cool. Sorry, dass das nicht geklappt hat. Ich habe mir größte Mühe gegeben, die Datei zu retten, aber die war hinten abgebrochen dann. Ja, ansonsten, aber ladet es euch sonst einfach selber runter und probiert es aus. Dann könnt ihr ja auch bis zum Ende spielen und euch das mal anschauen und euch erschrecken lassen. Na gut, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Let's Play dann wieder. Ciao, ciao.